Heute geht es um ein kleines Buch mit viel Glück drin. Der 62-jährige Heinrich Bedford-Strom ist Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und war lange Zeit Theologie-Professor. Dankbarkeit, Zuversicht, Liebe, Vergebungsbereitschaft, das sind Grundbedingungen für ein gelingendes Dasein. Das belegt die wissenschaftliche Glücksforschung immer wieder mit Fakten. Mit denen befasst sich Heinrich Bedford-Strom schon seit Jahren, denn vieles aus der Glücksforschung trifft mit Kernfragen der Bibel zusammen und da ist der Landesbischof Fachmann. Die christliche Botschaft vom Glück geht aber viel tiefer als psychologische Erkenntnisse. Glück im umfassenden Sinne heißt eben in guten wie in schweren Tagen sich getragen und geborgen fühlen zu dürfen, schreibt der Theologe Bedford-Strom. Auch erfahrenes Leid kann ein gelingendes Leben nicht zerstören, wenn es mit Gott in Verbindung ist. Darum hat sich der Landesbischof bewusst für das etwas altmodisch klingende Wort Frömmigkeit im Titel entschieden. Dieser Begriff drückt für ihn am besten eine Lebenshaltung aus, die das eigene Leben in den Horizont der Beziehung zu Gott stellt und pflegt. Dazu gehören Gebet und Gottesdienst. Auch sie können das Leben glücklicher machen. Einen Seitenblick wirft der Landesbischof aufs Geld. Die Bibel sieht materiellen Reichtum kritisch nach dem Motto Geld macht mich glücklich. Bedford-Strom schaut aber genauer hin, denn die Heilige Schrift sieht Reichtum als Auftrag für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Auch sie ist ein Teil des Glücks. Nicht nur für die Armen, sondern auch für die Wohlhabenden selbst, weil sie für inneren und äußeren Frieden sorgt. Der Landesbischof hat ein kleines Buch über ein großes Thema geschrieben, das jeden Menschen beschäftigt. Deshalb lohnt es sich für alle Leser nach Frömmigkeit und Glück zu greifen und vielleicht beiden durch dieses Buch näher zu kommen.